Peter Klein und Yvonne Wölke haben gerade ihre erste gemeinsame TV-Show abgedreht. Jetzt geht er zurück zu seiner Familie. Anfang des Jahres sorgte die Trennung der Realities-Stars Iris Klein, 56, und Peter Klein, 57, für reichlich Schlagzeilen. Während des Dschungel-Camps enthüllte Daniela Katzenbergers, 36, Mutter auf Instagram die vermeintliche Affäre ihres Nochmannes, die beiden sind seit rund 20 Jahren verheiratet. Mit der ehemaligen Miss Germany Yvonne Wölke, 41, Peter Klein und Yvonne Wölke haben ihr erstes TV-Format abgedreht. Inzwischen haben die beiden ihr erstes gemeinsames TV-Format abgedreht. Angeblich handelt es sich dabei um die deutschen Variante der australischen Show, The Block. In der Sendung renovieren mehrere Paare zusammen Häuser und Wohnungen. Wer die Objekte dann mit dem größten Gewinn verkaufen kann, geht als Sieger hervor. Das Format ist beendet. Es war richtig hart, sehr stressig, sehr intensiv und hat sowohl körperlich als auch mental alles gefordert, was man zu bieten hat, so Peter Klein. Er habe richtig viel abgenommen. Es hat richtig gezehrt. Und ich bin harte Arbeit wirklich gewohnt und weiß, was man leisten kann. Ich bin froh, dass es zu Ende ist und ich wieder meine Freiheit genießen kann. Die Dreharbeiten hätten richtig viel Spaß gemacht. Dennoch sei er froh, dass Sie jetzt vorüber sind. Bedanken möchte er sich vor allem bei Yvonne Wölke. Vielen Dank, dass du dieses Abenteuer mit mir durchgestanden hast und so viel Power gezeigt und so toll mitgezogen hast, so klein. Wölke habe ihm den Rücken gestärkt und beweisen, dass du nicht nur das kleine Püppchen bist, sondern anpacken kannst. Sie habe ihm in vielen Situationen gezeigt, dass es weitergeht, auch wenn man schwächelt, so klein weiter. Du warst mein Motos, mein Antrieb, die Frau, die mich mit ihrer Energie und ihrem Siegeswillen weitergetrieben hat. Peter Klein freut sich auf seine Söhne. Jetzt will sich Peter Klein erstmal entspannen. Und er hat einen besonderen Plan. Bevor er zurück nach Mallorca fliegt, will er seine Familie in Deutschland besuchen. Seine Söhne habe er bereits seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Auch Iris Klein ist verliebt. Iris Klein scheint aktuell ebenso glücklich zu sein. Sie hat seit mehreren Wochen einen neuen Partner. Mehr lest ihr hier.